Das ist Ben. Er nimmt mit hunderten anderer Menschen an einer friedlichen Demonstration teil. Ben wird festgenommen. Ein Passant sieht das. Schockiert kontaktiert er sogleich Amnesty International. Amnesty International handelt sofort. Der Fall wird untersucht. Zeugen werden angehört, Fakten werden überprüft. Wir können bestätigen, dass es sich um Ben handelt. Innerhalb von 48 Stunden organisiert Amnesty International eine Urgent Action. Schnell verbreitet sich die Nachricht auf der ganzen Welt. Julia bekommt den Appell auf ihr Handy. Doch nicht nur Julia. Auch Juan. Nur. Victor. Anna. Dominik. George. John. Aisha. Carlos. Zehntausende Menschen auf der ganzen Welt erreicht der Aufruf, Ben zu helfen. Sie schreiben Briefe, E-Mails oder SMS. Die Behörden werden von Protesten überschwemmt. Jetzt wissen sie, die Welt schaut zu. Darin liegt unsere Kraft. Denn genau wie sie werden massenweise Menschen aktiv. Ben wird besser behandelt und früher aus der Haft entlassen. Sie haben die Macht, Menschen zu befreien. Nutzen Sie sie. Das besteht in die Hoffnung. Dank zweit. Dank zweit. loh ground. Untertitelung des ZDF, 2020